was geht ab leitung hier gestern abend kam endlich die neuen wps wurde ja vor einem monat schon angekündigt und kam auch schon vor einem monat gab aber ein paar probleme wo die pokémon nicht alle voll geil waren und dann wurde es direkt am selben abend noch wieder zurückgenommen aber jetzt einen monat später neidkatz hinbekommen und wir haben gestern abend die neuen wp bekommen wir schauen mal kurz durch durch die neuen wp was ich so ein bisschen geändert hat und dann gehe ich auf paar details hier ein ihr seht schon zwar hier zum beispiel ein bisschen gesunken jetzt über 4000 rodon und kyoga ein bisschen gestiegen die haben ja diese werte das wird alles gestiegen die drachen sind gestiegen bei quasi latios drago da habe ich entwickelt das video noch mal ab ja hier sieht man es warte hier weiter unten kann man noch ein paar sachen sehen jetzt im salam auch mal aktus zum beispiel auch akarni flamara über 3000 hin sie auf fast 3000 so moment ich zeige euch mal was und zwar das sind die erfahrung dabei hier die latinas haben sich nicht geändert wir haben gefragt was mit jan 4 passiert wieso hat sich da nichts geändert das liegt daran dass gen 4 bereits mit den neuen werten gekommen ist die hatten alle schon die neuen werte dementsprechend muss auch nichts geändert werden nur der aus ist nicht weil der kam ja schon als allererstes er kann ja bevor der gast kam und heute sind ja wieder deoxys x-rays dementsprechend habe ich keine ahnung was ein hunderte ist ich lasse mich überraschen aber euch viel glück und viel erfolg bei grand deoxys x-rays so was genau hat sich geändert und zwar wurden die kp werte und die verteidigungswerte angepasst und dementsprechend resultieren daraus hat sich auch die bp geändert der angestwert ist gleich geblieben das ist das allerwichtigste das heißt an sich hat sich nicht viel geändert die angreifer dieselben angreifer sind immer noch gut aber manche pokémon wie zum beispiel glaskanonen die pokémon die genger die wenig ausgehalten haben sind jetzt nützlicher weil die mehr aushalten deswegen schauen wir uns mal zuerst diese statistik für die angreifer an da können wir so ungefähr sehen ich bin hier ein oder hier was alles so gestiegen ist im grunde genommen sind die meisten sachen gestiegen nennenswert sogar sehr nennenswert ist deoxys wie gesagt heute x-rays mal schauen ob wir da einen guten endlich kassieren kapilz wird auch genannt und genger genger ist ja einer der hauptkandidaten die davon profitieren waren gut angreifer hat aber immer nur sehr wenig einstecken können und jetzt ja jetzt kann ein bisschen mehr einstecken oder eben auch so was wie kapilz der hat ja eigentlich auch ein ziemlich klassen angestwert aber hat gar nichts angesteckt und jetzt möglicherweise ein kontrahent ein konkurrent für macho mal dann schauen wir uns mal die verteidiger im grunde genommen das sind so die die wp verloren haben zum beispiel gelaxo heiteria beta king genera eben wie mit einer menge kaffee und unsere standard top verteidiger sage ich mal aber es gibt auch welche sind gestiegen wie zum beispiel potrott oder lepomentas ob das aber jetzt eine gute wahl als verteidiger ist wohl eher nicht man muss jetzt beachten das heißt nicht dass heiteria genera gelaxo jetzt schlechte nutzlose verteidiger sind es nur so dass die lücke der unterschied zu den anderen pokémon jetzt nicht mehr so groß ist also während die davor hier ganz weit oben waren und der gestalt hier oder so ist es halt jetzt eher sowas aber die sind immer noch gut hat sich ja eigentlich nichts geändert klar die haben kapie und sowas verloren aber an sich wir wissen dass er in das system ob du jetzt darf fünf sekunden länger drauf haust oder nicht generell kann man sagen zum beispiel so die drachen die sind alle gestiegen da waren der quasi unter lander latios latias und auch die starter viele haben sich immer beschwert die starter sind so laut sind jetzt ein bisschen besser geworden generell dieser florier zum beispiel bei 28 die meisten so um die 28 herum von so keine ahnung 24 25 26 maximal waren glaube ich was man halt sagen kann über die wp änderung oder die änderung wurde ja nicht nur wp geändert sondern eben zwei von drei werten deshalb dass der unterschied die lücke nicht mehr so groß ist es gab davor die top angreifer oder verteidiger für jedes element so ihr wisst kioge wasser ist immer noch aber die lücke sein kann es ist so wie anime die hauptfigur seit immer über kraft und der gast ja viel schwächer aber ab und zu trainiert der rest und dann können die so für eine weile mit dem mithalten das so ungefähr jetzt so die lücke weit zum beispiel über kraft von kioge und dann im rest aber jetzt ist bisschen gesunken oder machen zum beispiel habe ich ja gerade gesagt kapitel möglicherweise jetzt ein kontinent also also die lücke wurde einfach geschlossen und der rest des feldes wurde mehr an die spitze gebracht oder die spitze näher an das feld kommt davon wie man es betrachtet auch zum beispiel jetzt so bei feuer habe ich gelesen entehrt nicht mehr so kass an der spitze dafür so sachen wie glücker die stadt eben und flammare halt gestiegen wir sind dahinter ist halt eben dass man mehr vielfalt hat was eigentlich ein guter sinn ist weil er so wie ich sage immer gar das tod braucht man nicht so lange man kioge hat aber wenn der rest näher aneinander ist dann ist der rest gar nicht so tot kann man auch andere sachen pushen und verwenden und das hat der sinn dahinter an sich eine gute idee na enttick jetzt müsst ihr nur noch einen sinn für die wp finden na enttick ich glaube an euch das war's so von den wp änderungen zusammengefasst kp und verteidigung wurden angepasst wurden verändert dadurch sind ein paar pokémon die davor zum beispiel nicht so viel ausgehalten haben etwas nützlicher geworden wie zum beispiel natürlich gänga die wp wurden generell von den meisten pokémon erhöht von so pokémon wie verteidigern sind die halt gesunken die die halt viel kp hatten zum beispiel und das gesamte feld wurde eng aneinander geschoben es gibt nicht mehr so eine klasse spitze aber die pokémon die davor top waren sind immer noch top und immer noch an der spitze also durch die änderung gab es eigentlich keinen der eine neue spitze übernommen hat weil eben angriff nicht verändert wurde aber das war's erstmal von mir leute ich packe es jetzt zu meinem deoxys x raid wie gesagt check das video ab mit dem sinno stein wo ich die ansonsten lieber liken subscriben kommentieren check die anderen videos ab folgen auf instagram facebook twitter check den shop ab und vergess nicht pokémon ist serious business business you 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 you